Tja, wenn man so'n Fuchs ist wie ich, braucht man kein Pickett. Hey, was hast du da? Hey, das ist meine Großmutter. Holla! Du hast aber ein hübsches Stimmchen. Für deine Großmutter, oh, keine Sorge, die wird schon nicht zu kurz kommen. Mhhhhh. Was denn passiert mit dir? Du warst doch sonst nie so'n Fuchsie. Wenn man so scharf auf den Knast ist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Fuchsie. Es tut mir leid. Los, ich piss euch an. Mach die Molle auf. Also noch eine kleine Molle auf. Oh. Onn